Pflege betrifft jeden von uns. Irgendwann. Entweder weil ein nahestehender Mensch sich nicht mehr alleine versorgen kann, oder weil wir selbst aufgrund von Krankheit oder Alter ohne Betreuung in unserem Alltag nicht mehr zurechtkommen. Mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland sind derzeit pflegebedürftig. Nur etwa jeder fünfte von ihnen lebt in einer Alten- und Pflegeeinrichtung. Alle anderen werden zu Hause betreut, vor allem durch eigene Angehörige, weil das dem Wunsch aller Beteiligten entspricht. Hinzu kommt, etwa 2000 Euro müssen Pflegebedürftige im Schnitt für ihre Unterbringung im Heim aus eigener Tasche bezahlen, trotz Pflegeversicherung. Das zehrt die Ersparnisse auf und übersteigt in vielen Fällen die finanziellen Möglichkeiten. Dann bleibt nur noch der Gang zum Sozialamt, aber davor schrecken etliche Betroffene zurück. Der größte Pflegedienst in Deutschland sind also die Familien, von denen nicht wenige Tag für Tag rund um die Uhr im Einsatz sind. Aber anstatt ihnen so gut es geht zur Seite zu stehen, lässt man sie viel zu oft allein. Und das nicht erst seit Corona. Kein Wunder, dass zwei von drei pflegenden Angehörigen sagen, sie fühlten sich überlastet und hätten kaum noch Zeit für ihre Partner, Kinder oder Hobbys. Der VdK fordert daher, alles zu tun, damit pflegende Angehörige mehr Unterstützung bekommen und Zeit zum Durchatmen gewinnen. Statt sich mit der umständlichen Bürokratie von Krankenkassen und Ämtern auseinandersetzen zu müssen, brauchen sie eine konstante Begleitung im Alltag und leicht zugängliche Informationen darüber, wo und wie sie Hilfe und Entlastung anfordern können. Viele haben zusätzlich das Problem, Pflege und Beruf miteinander in Einklang zu bringen. Nicht immer kommen ihnen ihre Arbeitgeber entgegen und ermöglichen es, dass sie in Teilzeit oder von zu Hause aus arbeiten. Der VdK fordert daher für pflegende Angehörige einen Rechtsanspruch auf eine teilweise oder vollständige Freistellung von der Arbeit. Als Lohnersatz sollen sie in dieser Zeit ein Pflegepersonengeld erhalten. Aber auch die professionellen Pflegekräfte, die in den Heimen oder bei ambulanten Pflegediensten arbeiten, geraten nicht erst seit Corona an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. In der Statistik der Krankenkassen sind Pflegekräfte häufiger und länger krank als andere Berufsgruppen. Viele steigen aus, weil sie erschöpft und nicht mehr bereit sind, ständig unter Hochdruck schuften zu müssen, ohne dass genügend Zeit für die Menschen bleibt, um die sie sich eigentlich kümmern wollen. Eine aktuelle Studie hat ergeben, viele Einrichtungen müssen Pflegebedürftige zurückweisen, die einen Heimplatz suchen. 80% der ambulanten Dienste beantworten Anfragen mit einem Nein, weil es überall an Personal fehlt. Diese Situation wird sich noch verschärfen. Mehrere wissenschaftliche Institute sagen voraus, dass sich der Mangel an Pflegefachkräften bis zum Jahr 2035 auf eine halbe Million vergrößern könnte. Deshalb fordert der VdK, in den Heimen muss ein Personalschlüssel geschaffen werden, der sich am tatsächlichen Pflegebedarf orientiert und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle ermöglicht. Außerdem müssen Pflegekräfte angemessen bezahlt werden. Voraussetzung dafür ist die Einführung eines bundesweit einheitlichen Tarifvertrags. Das alles kostet. Aber diese Kosten dürfen nicht auf die Pflegebedürftigen abgewälzt werden. Deshalb fordert der VdK die Einführung einer Pflegevollversicherung, die die bisherigen Eigenanteile an den Pflegeleistungen vollständig übernimmt. Corona hat das Bewusstsein dafür verstärkt, wie verletzlich pflegebedürftige Menschen sind. Dieses Bewusstsein darf nicht wieder schwinden, wenn die Pandemie einmal überwunden sein wird. Daran, wie eine Gesellschaft mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht, zeigt sich ihre Stärke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017